Okay ihr Fußballfans, wir hoffen die Videos bisher haben euch gut gefallen. Damien und ich haben uns jetzt noch eine Challenge überlegt für euch. Ja und zwar die Two-Touch-Challenge. Heißt, ihr stellt euch gegenüber, habt zwei Ballkontakte Zeit, den Ball zwischen euch pendeln zu lassen. Berührt der Ball den Boden, ist die Challenge vorbei. Wir legen vor, ihr legt nach. Bitte schickt uns eure Videos. Die Gewinner erhalten von Damien und mir eine kleine Überraschung. Wir legen los, ihr zieht nach. Auf geht's. Okay, jetzt seid ihr dran. Auf geht's. Okay.